Sie möchten wissen, wie Sie Ihren Brust- und Unterbrustumfang richtig vermessen? Wir zeigen es Ihnen! Nehmen Sie sich ein Maßband zur Hand und stellen Sie sich vor einen Spiegel, damit Sie sehen, ob das Maßband richtig liegt. Messen Sie um die stärkste Stelle Ihrer Brust. Legen Sie hierzu das Maßband locker an und halten Sie es waagerecht. Atmen Sie normal ein und aus. Der Unterbrustumfang wird direkt unter der Brust waagerecht einmal um den Körper herum gemessen. Das Maßband sollte eng anliegen, jedoch noch weit genug, dass Sie normal atmen können.